Ich hör ihn. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Also keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Er ist weg, er ist weg. Nein, bei mir! Ich hab ihn! Du Noob, Alter! Du Idiotensohn! Du bist im 990, ne? Ich verteidige mich! Nimm mich gleich, ja. Der Andere soll trinken. Du hast den 990 nicht gesehen. Die O-Shit cracked. Die O-Shit cracked. In der Mitte ist was. Egal, er ist nur 45 gegen ne Dings. Er ist so richtig schräg angeflogen gekommen. Und ich hab dann so gesagt. Ey, stirbst du? Nö, nö. Nö, nö. Oder, das sieht für mich so aus, als wenn du stirbst gerade. Naja, kein Shit. Naja, das seh ich auch. Schau mal! Das Knockdown-Shit nicht bekommen, aber ist mir auch egal. Toll, jetzt bin ich hier. Wer bezahlt mir meine Kilometer, Alter? Die Arbeit. Ich bin ne Arbeit. Keine Ahnung. Irgendeine Arbeit. Ich würd das bestimmt machen. Meine nicht. Dafür wohne ich leider 2 Kilometer zu nah an der Arbeit. Oh mein. Hast du denn nicht einen kleinen Rechenfehler einbauen können? Geht nicht, die prüfen das mit Google Maps. Jetzt ist ja das Lustige. Hä? Aber Luftlinie sagen die, oder was? Nein, Google Maps. Aber jetzt weg. Warte. Das ist nicht genau, sag das ist nicht genau. Das ist auch nicht. Du musst dann noch bei deiner Straße irgendwo hinfahren. LOL! Das liegt jetzt einfach hier drauf. Was? You feeling froggy? So, like a frog? Like a frog? Du hast... Du benutzt das... Oh, ich benutze auch ein E-Wood. Alles drauf. Zeit. Zeit brauche ich nicht. Äh... Ich... Mit den von dem Gegner. Kommen wir gehen. Ich muss hier noch einmal anhauchen, dann habe ich noch 2. 2. Ja, ich auch mit 75 damage. Das war ein starken Hauch. Und ich habe schon 2. Ich habe auch schon 2. Ja, Level 3. Shit dachte ich mir, dass du wieder einen guten Schild nimmst. So, Schädelstadt erstmal ne Runde fahren. Naja. Jetzt wissen alle, dass wir hier sind. Ganz schlaue Idee. Okay. Ja. Das war Absicht. Weil ich halt echt noch den nice'n Scheiß bekommen habe. Glaub ich den nicht. Durch'n Anvil Receiver. Great. Already inside the ring. Ich habe was angeflogen. Zwei Stück über mir. Kein Problem. Überhört ihr. Wenn du hoch rennst, zippe ich mich auf. Die sind hier auf der Seite. Jetzt sind die über mir. Die sind genau auf meinen beiden Ecken. Ich bin weg. Ich komme mit daher. Ich brauche Heilung. Okay. Flathound und das andere müsste eine Bang gewesen sein. Ja. Bang. 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 Die zappen zu uns. Ja. Die zappen zu uns. Ja. Zappen zu uns. Oh. 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 Verhalten noch Glück. Okay. Einer down? Ja Ey! Er hat das Schild gewechselt! Bruder! Ich habe Angst Ich habe einen mit dem Arx da Schön Da kommt noch was! Abstauber, pass auf! Jeder weg! Ich bin bereit Ah! Es ist los! Down! 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 Das er nicht gelootet hat, die war nämlich ein Purple-Dings drin, ein Purple-Shield Die kommen so rein! Ah! Ja, slow! Down, down, oh ja! Oh! Recharging my shields! Freu' mir! So ist das! Du wirst gepartied Und die Jungs gucken, äh Ganz schön Tief in die Röhre drinnen rein Da ist der Vollmodus Das ist super Hm, ich bin gerade dabei Ha! Das ist nicht mehr Recharging shields Bist du noch eine 301? Ich spiel gerade 99 Prawler Ich seh' Ich seh' Flady Oh! Kratz' ich Du bist ein sexy Boy Ich seh' Hast du genug Batterien und so? Ich hab' zwei Batterien, ja Ich hab' sechs Willst du noch welche? Du bist ein Batterielieferant Hast du Energy? Ich hab' 31 Ich hab' Ich hab' So, 240 Und Und 85 Kann doch nicht so schwer sein Tatsächlich ist die Waffe gar nicht so leicht Ah ne, du brauchst ein Backpack, ne? Warum? Wofür? Goldene Würde Sinn machen, joa Mann Passt alles in den Rucksack rein? Mhm So Waren da noch Batterien irgendwo drin? Ne, die hast du, ne? Ähm Dann nimm ich einfach 10 mit Macht ja gar nichts Nein, 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 nein Jetzt, jetzt hab' ich mich um entschieden, nimm das mit Nimm ich das mit Hier sind noch, äh Shieldsale hier Danke sehr Kommst du mit? Jetzt allein Das geht's gut Und mit ein Open Field, Digga Das muss ich nochmal üben Ja, ich brauch' noch Ich brauch' noch Ich brauch' noch Ich brauch' noch Spritzen, merk' ich grad' Ich hab' auch noch Glaub' ich Aha They see me sliding Drei hab' ich Ich bin 99 Ich bin 99 Brauter Hab' ich 4 Steps Steps, Steps, Steps Ich bin weg Wie du bist weg Ich bin weg Komm her I'm about to die Die pushen uns Ich guck' ich von der Seite Bei mir Ja, da kommen sie auf, die kommen Bei mir einer low, der ist low, der ist low, der ist low, ein Schuss, hier Rechts Der andert Gold Ich wollt' eben noch den Ich hab' Self-Revive Ich mach' mal, falls irgendwas sein sollte Mach' kein Self-Revive Doch mach' ich Soll ich machen? Ich mach' Ich mach' Der hat ja auch noch eins Okay, ich warte Nee, ich hol' dich jetzt Jetzt wär' mir in den Arsch geschossen Ich schwöre, dann beiß' ich mir in den Arsch Evo Willst du ein rotes Evo? Ist aber leer Ich will dich ein rotes Evo Hat er eine 301 mitgebracht Let's Ich habe keinen Phoenix Natürlich Ergalic Ich hab' ne Drohne Dann brauch' ich wenigstens keine Schabrizen benutzen Wie viel Kill hast du? Vier? Drei Ey, ich hab' die da oben hingeboxt, wo ich nicht rankomm' Wie viel? Drei Hör acht Hast du bei ihr in der Chess geguckt? War da für mich? Vielleicht war da noch was für dich Wird's mal ein Safe Nest Ich hol' mir eben noch den Anvil-Rust Gut, dass du die gehört hast Hast du die nicht gehört? Noch nicht, nee Nee, aber mein Gehör ist noch nicht so dafür Für feinend Ich bin noch gar nicht da gewöhnt Hallo? Oh, da sind safe welche oben auf den Felsen Nee, das waren die, die uns gepusht haben Oh, Higgsfield hat zwei Leute geholt Sam Purple Und NakiLab Bruder, komm mit, schau's auf's Care-Packet Ich bin auf Weg Haben wir meine Ohren offen? Aha Ich hab so einen schlimmen Ohrwurm, ne? Nichts eng Higgsfield hat den nächsten geholt Weh, der nimmt mir zu meinem Killy da Wird er machen Ja, ich töte ihn jetzt Yo Hoch, ne? Ich bin hochkommen, ja Nein Einer brennt hier Oh Gott Wir haben Higgsfield gerettet, würd ich sagen Mach's selbst Lila, 90 Egal, was hat er für'n Aim da hinten, Alter Hier runter Ja Ich häng am Baum Das ist Higgsfield Recharge Auf den Zip achten, ne? Also wenn er sich grappelt Dann grappeln wir an sein Gesicht ran Zehn nicht? Muss ich nicht auf die warten Durchgezogen Warum auch immer Der eine Typ ist Low, der Parfiner Kein Shit mehr Der Grapperts Effect Aufm Dach Weiß nicht, ob wir aufs Dach pushen wollen Ne Fuck Ich bin tot Oh Bruder Heilig? Mach ich Higgs kommt von dort Oder so Alleine Du denkst ihn jetzt Higgs Wir sollten ein Stück zurück Wir müssen mal ein bisschen Deckung Wir müssen da hin Drück zurück Da war ne Rave Da kommt was von rechts Wir haben gezerrt partied Einer down Einer down Und Raid äh Lifeline Low Kann dich da nicht holen Ich geh mich auf, heilig Guck nur, dass wir mich nicht abschießen Versuch zu gucken Hinter mir kommt noch was Das ist Higgs Nein Ich bin tot Ich hab self revive Kümmer dich um ihn Ich geb mich auf Er kommt jetzt Er heilt sich Gib mir Deckung Ich weiß nicht Er hat kein Shit mehr 24 Er zieht durch Die push Heil dich Heil dich Ich heil dich Er ist unten Ich muss mich heilen Du gibst mir Deckung ne Ja Der Higgs liegt hier noch irgendwo Ich will mitschießen Gott Ich nehme Feuer Bruder, ich bin was alleine Der ist Solo Der ist Solo Ich bin was alleine Wo ist er? Er zippt weg, links rüber Er hat sich Wo ist er, wo ist er Hab ihn, hab ihn Um den linken Muni holen Noch zwei Swords Also eins Mann, 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 Mann Wie du gesagt hast Dahinten kommt Higgs Ich hab Ich hab noch 10 Leid immer Bist du jetzt Kill Leader oder was? Ja? Glücklicherweise Du hast immer noch 6, ne? Ja Wie wärst du? 7 Was wär immer noch? Ich hatte eben gerade 5 Ich hab einen geholt Wir müssen Higgs holen Der Typ, ne? Dieser blöde Paar Fighter Warte, warte Ich hab ihn 1000 Mal low geschossen Amity Less than 1 Minute Das war hoch Let's go this way Ähm, kurze Frage Ja? Hast du geschaut als wir den getötet haben wer das war? Wie wär das war? Ob das wirklich Higgs war? Ja, ja, ich hab den gedown, das war die Raid Achso, ist ja langweilig Achso, ist ja langweilig Paar Fighter war der so der bessere Endgegner Ich fand, ich fand den vom Aim her auch besser Oben aufm Felsen Oh nein Ah, schwächer Ein bisschen auf die Zone haufen, ne? Mhm Weil der auch gerade nicht so hoch macht Find ich grad gar nicht geil, ne? Ne 37 Alter Ich geh da rüber Einmal davor Einmal davor, ja Ich glaub Longbow Wir sind für safe Der doof, der die Schießt schneller, ja Ist er 301, falls er noch mal echt ist? Ne, ne Ich hoffe, die Zone kommt hierher Die Zone Arena Machen wir das easy Wenn die nicht hierher kommt, dann haben wir echt Probleme Mh Ey, da bin ich auf dem Plakat Das ist schwarz Jibiii Ich beginnieren Oh, geil Was für Opfer Wir chillen ja ja auch noch Oh oh Abgekehrt Schillen ja auch noch Oh oh Hast du noch genug Schillzellen? Hast du noch genug Schillzellen? Äh, ich hab 6 Batterien Ich hol mir grad mal Zellen Die sind keine Ich muss doch auf meine Muni aufpassen Was brauchst du denn? Alles gut Hier unten ist noch Light Ich glaub es geht los Ja 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 Ich hab geschwann auf unser Hausdach Ist schlecht Jungs Ganz schlecht Ganz schlecht Freisicht auf die SIP Ne, ich such mir das gerade Geht Weil wenn ich schießen werde Wird Gibi auf mich schießen Hm Oder der Pathfinder Ja, ich hab aber auch noch Also Mal wie schlecht er ist, Alter Ich kann jetzt fast grad auf die SIP gucken Wenn der SIP ist er tot Die müssen schon runterspringen Sagt wenn die kommen, ne? Come Pathfinder ist an der SIP Aber er SIP noch nicht Jetzt Pathfinder low Pathfinder down Der ist unten drin Egal, lass ihn doch Können wir noch ein bisschen Heals da Ich bin drin Ich glaub der ist gar nicht unten drin Ah doch der ist die Außen Kontakt Warte, warte, ich will auch Hast du Granaten? Ne Ich geh von rechts Ich geh von links Du warst jetzt schnell Ich musste nachladen Wir haben echt geil gespielt Hast du mich jetzt noch bekommen? Ne, ich hab den Pathfinder herbekommen Das ist ne gute YouTube Folge Das ist ne gute YouTube Folge You are the Apex Champions Moklischerweise Moklischerweise Ach nö, doch nicht Ich bin da Dich Dich Dich